Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 26. April mit Tobias Stein, guten Abend. Mit Blick auf die Corona-Zahlen war es heute Morgen schon klar. Die Bestätigung kam dann am frühen Nachmittag. Ab Mittwoch greift die nächste Stufe der Corona-Notbremse bei uns in Essen. Drei Tage lang war die Inzidenz bei uns jetzt über 165. Das heißt, dass am Mittwoch Schulen, Hochschulen und Kitas wieder weitgehend zumachen. In den Schulen dürfen dann nur noch die Abschlussklassen und Förderschüler unterrichtet werden. In den Kitas gibt es nur noch Notbetreuung und an den Hochschulen dürfen keine Präsenzveranstaltungen mehr stattfinden. Das trifft alle Beteiligten hart, weil natürlich viel wieder umorganisiert werden muss. Die Kitas gehen außerdem davon aus, dass trotz der Notbremse 70 bis 80 Prozent der Kinder gebracht werden. Die Eltern hätten kaum noch Verständnis, hieß es bei einigen Kitas auf Nachfrage von uns. Der erste Teil der Notbremse läuft ja schon seit dem Wochenende und hat offenbar auch ganz gut funktioniert. Die Ausgangssperre wurde offenbar fast überall eingehalten. Es gab laut Polizei nur eine Handvoll Bußgelder, die verhängt wurden. Außerdem gilt seit heute schon nur noch Click & Collect und nicht mehr Click & Meet. Man darf also in den Läden noch bestellte Sachen abholen, mit einem negativen Corona-Test shoppen gehen, wie zuletzt, geht aber nicht mehr. Aktuell sieht es so aus, als würde es bei den Verschärfungen auch erstmal bleiben. Die Inzidenz ist die letzten Tage nämlich kontinuierlich gestiegen und liegt aktuell bei 177. Lockerungen gibt es erst wieder bei drei Tagen in Folge unter 165. Ein bisschen Aufregung gab es heute auch unter den Studierenden der Uni Duisburg-Essen. Denn da ist heute eine Klausur mit hunderten Studierenden geschrieben worden. Insgesamt 250 Studenten und Studentinnen der Wirtschaftswissenschaften saßen dabei zusammen in einem Raum. Nochmal so viele haben die Klausur gleichzeitig in einer großen Halle in Duisburg geschrieben. Einigen kam das in Zeiten der Corona-Notbremse komisch vor. Sie haben sich deshalb mit ihren Sorgen bei uns gemeldet. Die Uni sagt dazu auf Radio Essen-Anfrage, dass die Tische in der Krugerhalle alle anderthalb Meter auseinander stehen und dass die Studierenden nach und nach über die Seiteneingänge rein- und rausgehen. Wem das trotzdem alles zu eng ist, der kann die Prüfung aber auch später nachschreiben. Eine schöne Geschichte gab es heute im Löwenthal in Werden. Da hat die Feuerwehr eine 13-köpfige Entenfamilie gerettet. Die Enten-Mama war mit ihren zwölf Küken am Bahnhof Werden ins Gleisbett geraten. Passanten hatten die Feuerwehr gerufen. Damit weder die Enten noch die Feuerwehrleute in Gefahr geraten, wurde für die Rettungsaktion der Bahnverkehr in beide Richtungen kurzzeitig gesperrt. Die Enten-Mutter flog nach der Rettung selbstständig zum Ruhrufer an der Bremeninsel. Die Feuerwehr sammelte daraufhin die zwölf Küken ein und brachte sie der Mutter hinterher. Ich zitiere an der Stelle mal aus der Pressemeldung der Feuerwehr. Die Enten-Mutter nahm sich der Küken sofort an und schwamm mit ihnen davon. Ente gut, alles gut. Im Sport gab es auch Neuigkeiten heute. Da ist nämlich das Viertelfinale im Fußball-Niederrhein-Pokal ausgelost worden. Rot-Weiß-Essen spielt gegen Rot-Weiß-Oberhausen, Wuppertal gegen Homberg und Uerdingen gegen Duisburg. Der SV Strahlen zog ein Freilos und steht direkt im Halbfinale. Der Niederrhein-Pokal ist dieses Jahr anders als sonst. Nachdem die 46 Amateur-Teams wegen Corona aktuell gar nicht spielen dürfen, sind nur noch sieben Vereine übrig geblieben. Terminiert sind die Spiele noch nicht, nur das Finale soll am 29. Mai stattfinden. Für ganz Deutschland war heute der Bund-Länder-Gipfel wichtig, denn es ging ja unter anderem um die Impfreihenfolge und Rechte für Geimpfte. Danach wurde angekündigt, dass die Priorisierung bei den Corona-Impfungen spätestens im Juni aufgehoben werden soll. Geimpfte sollen außerdem ähnliche Rechte erhalten wie negativ Getestete und zum Beispiel bei einer Einreise nicht mehr in Quarantäne müssen. Das muss allerdings noch durch Bundestag und Bundesrat bestätigt werden. Das Wetter bringt uns wieder eine kalte Nacht, nur drei Grad bei uns in Essen. Stellenweise ist auch Bodenfrost möglich. Morgen dann ähnlich wie heute mit viel Sonne und Höchstwerten um 16 Grad. Mehr aktuelle Nachrichten gibt's morgen ab 6 Uhr wieder in der Radio Essen Frühschicht. Euch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's domestich.